Wir helfen, wo wir helfen können und ich habe auch mit der Mannschaft geredet und habe gesagt, dass es alles freiwillige Basis ist, aber alle waren Feuer und Flammen und wollten sofort mitmachen und das ist schon überragend von der Truppe. Jetzt am Wochenende haben auch noch mal die ganzen Fans die Möglichkeit, das zu machen und da hoffen wir einfach, dass wir denen auch noch mal einen kleinen Anschluss geben konnten, dass da einige mitmachen. Es ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit gewesen, da jetzt auch noch mal ein Zeichen zu setzen. Und ich hoffe natürlich und wünsche mir natürlich, dass sehr, sehr viele Fans da mitmachen werden und diese Aktion unterstützen werden. Es ist ja ganz, ganz geringer Aufwand für hoffentlich großen Ertrag. Wenn wir am Ende einer Person helfen können, dann hat sich das alles gelohnt.